Ah, kannst du vielleicht da bleiben? Gut, hol ich mal zuerst von hier was. Knochenhaufen, Knochenhaufen, krummer Knochen, sehr gut. Und, krummer Knochen. Und einmal noch. Passt, fester Knochen. Kraut kann man immer brauchen. Und, hopp! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Lock her. W Rahe! Wee... Oh, okay, okay, der hat gesessen. Der Schlager sieht sich fast. Nope, ich hätte hier aber gerne etwas. Hui. Jeha, komm her, jetzt hast du gepikst. Ich sag dir jetzt, wirst du gepikst, das ist meine Herzen, komm her. Ich mach dich franzig. Ich habe den Schlager zu kontrolliert. Das war ja ... Pfff, okay. Das war ja. Das war ja einig, ich sage das Zerstören. Spannende dich, deine Waffe. Das ist es so wichtig. Stille. Fixbar. Ich denke, die. Das war auf der Fronten. 1, 2, yes! Abknüpfen! 1, 2, 3. Er ist wieder? 1, 2, 3. Noch was erbrochen, cool. 1, 2, 3. Au. Schrei ein bisschen mehr. WTF, Dude? Komm zurück. Gut, wir haben einen Ranschwanz bekommen, was soll ich hier? Mein Draugger, immer gut. Das tue ich gegen die Drachentotbeere austauschen, ja. Dann machen wir jetzt auch kurz eine kleine Beschärfung. Dann machen wir das hier. Wee! Go, 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 go! Uhhh... Fuck! Hier geht's. 1, 2, 3. Block. Und Piz. Ups! Entschuldigung, ich habe schon mal so. Ah, das ist okay. Wee! Was ist das jetzt? Au. Wie war das, ich fand, ich habe nichts zu trinken. Ah, was ist das? Au. Au. Richtig kurz mal da oben. Also, ich montiere keine Probleme, ich kann die nächste Passage machen. Ah, da. Warte da aber. Uh, das Ding ist ja gut. Ach. Oh. Gehörrge! Nossa! Passt! Acht, das haben wir da reinhauen. Autsch, das haben wir gerade noch reingesagt. Ha. Was, 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 was? Hat der gerade aktiv die Fähigkeit unterdrückt? Ich habe gerade aktiv B gedrückt, dass es aufgeschieden ist. Und warum hat der das Ding ausgelöst? Okay. Ja, muss man nicht sagen. Abschiedsgeschenk. Ach, dieser kleine Anus. Schauen wir, was es mit ihm noch einmal auf den Arsch geht. Jetzt auf einmal macht er das. Das ist doch nicht für den Ernst, oder? Wo ist das, Nudo? Da, du Trifsenjohnpeatur. Ah, du Trifsunjohnpeatur? oh oh jetzt wieder nervt wird langsam ich hole jetzt mal kurz einen Kollegen da dass wir jetzt nicht mehr durchgehen. Ich bin einmal unwichtig geworden weil auf einmal irgendwas im Spiel gesagt hat nein Vitropilz Tumorstadt ein Droger rein oder Flussfeuern oder was heißt Abbaupaliko los geht's Ich hab ihn zu erklären dass es sich nicht so läuft wie er will wie du Sack aus 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 der Bahn, aus der Bahn, ich habe hier was zu tun. Yeah! Ah, vielleicht nicht ganz gut für die. Au, das verdient halt für ihn. Ah, den gibt's du aber. Oh, das ist ganz gut. Oh. Oh Und da jetzt Hallo Oh 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 Okay. 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 Oh, good night. Wirklich einfach in den Schlaf... Gute Nacht. Seht ihr, ich habe keine einzige Falle verbrauchen müssen. Das ist der Vorteil von dem Gadget. Das ist noch selbst der Falle, den man für Empfangen verwenden kann. Herrlich. Ich habe zurück. Wo ist sie? Ich dachte sie wäre bei dir. Keine Ahnung wo sie ist. Ich gehe noch einmal nach ihr suchen. Bist du dumm eigentlich? Nein, wirst du nicht. Es geht dir gut. Oh, ich hatte solche Angst. Alles in Ordnung. Verruf dich. Du lernst doch draußen die Geschichte nicht. Wenn du nicht verletzt bist. Danke. Ich wollte mich verstecken bis er weiter zieht, aber du hast mir die Mühe erspart. Na komm, ist schon gut. Wir hatten eine Abmachung, weißt du noch? Habt ihr möglichst viel über das Tal erfahren? Das ist ein einzig Friedhof. Was habt ihr da draußen gefügt? Das ist ein Friedhof. Ich glaube, die Monster kommen zum Sterben ins Tal. Es ist ihr Friedhof. Und diese ganze Region ist ein riesiges dazugehöriges Ökosystem. Kommt mit. Du hast recht. Die Monster finden ihre letzte Ruhe im Tal. Sie spüren ihr Ende und ziehen hierher. Ihre Kadaver werden zu Nährstoffen für das Korallenhochland. Aus dem Tod entsteht neues Leben, das am Ende des Zyklus zum Tal zurückkehrt und wieder stirbt. Ja. Es ist ein ökologisches Wunder. Eines, das jedes andere in den Schatten stellt. Ja. Aber, habt ihr euch je die eine wichtige Frage gestellt? Wie lautet sie? Wer ist das Kernstück? Welches Monster könnte als Nährstoff für ein derartig großes System dienen? Was ist das Geheimnis hinter der Ältestenwanderung? Ihr kennt die Antwort. Sie sind das Kernstück. Bingo, der Tod eines Ältesten ist der Katalysator. Das Tal ist die Ruhestätte vom Zora Magdaros. Zumindest sollte es so sein. Die Hinweise sind alle hier, doch der Zora ist nirgendwo zu finden. Er hatte eine Menge Energie in seinem Körper gespeichert. Wollte er sie irgendwo hinbringen? Hm, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wer es wissen könnte. Die ersten Viverianer leben hier schon viel länger als wir. Findet sie. Seht. Es regnet Leben. Könnte ich doch nur weitere 300 Jahre leben. Vielleicht würde das gerade ausreichen, um das Ende dieses Wachwechsels zu sehen. Freunde, ihr beendet das. Ich möchte noch etwas hierbleiben. Sehen, was der Tod gibt und das Leben bringt. So, dann haben wir auch alle Licht. Wo wir da ran hoffen. Das ist jetzt doch nicht fest. Dann muss ich noch ein S. Ja, passt eh. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Juontal. Was?